Verletzungen im Sport oft an der Tagesordnung. Während der Saison ellenlange Medical Reports. Zurück bleiben kaputte Spieler. Monatelang verdammt zum Zuschauen. Mühselige Therapie, die an der Psyche nagt. Keine Sorge, MySports hilft mit dem Sportdoktor. Heute sind wir auf der Sportvisite bei Jérôme Bachhoffner. Er ist stürmer beim EVZUG, erst seit dieser Saison mit dabei. Er war so eine wichtige Stütze für die EVZUG, aber leider hat er sich an der Hand verletzt. Mehrere müssen die Arbeits umfahne. Ich bin Dominik, ich bin Sportdoktor, eidgenössisch undiplomierter. Und ich habe eines anliegen, dass sich die Sportlerinnen und Sportler wieder fitter fühlen. Heute gibt es für Jérôme einen Tag voll von Überraschungen. Den bringen wir wieder zurück auf die Schiene. Du, der ist nicht zu Hause. Jérôme, hoi. Hallo, ich bin Dominik. Hallo, ich bin Jérôme. Hallo, ich bin Jérôme. Ich freue mich. Ich bin reinkommen. Ja, ich bin reinkommen. Danke. Ciao. Jetzt sind wir einfacher. Schön. Ja. Wie geht es dir? Ja, jetzt eigentlich wieder etwas besser. Am Anfang, als ich von den Nazis nach Hause gereist war, ist es mir schon nicht so gut gegangen, als ich die Nachricht von der Hand bekam. Ja. Ja. Nachher ein wenig Matchzug geschaut und alles. Und dann wirklich langgelegt. Aber jetzt geht es Führerschein und es kommt immer besser. Und morgen kann ich den Gips abziehen und dann fange ich an mit dem Aufbauen. Mit dem Aufbauen-Train. Also ein bisschen Schuhe binden kann ich sonst immer etwas binden lassen. Aber sonst kann ich nicht wirklich viel machen. Ja, es ist auch besser so. Jetzt habe ich mich angewöhnt, alles mit links zu machen. Das geht immer. Ich finde immer irgendwie einen Weg zu machen. Die Jacke und den Eisverschluss. Ja, da habe ich offen gesehen. Was ist für uns? Leck. Aber Eva hat es ja noch gar nicht Meister geworden. Das kommt noch. Darum habe ich noch etwas Platz zu lassen, dass ich noch drei Jahre gefühlt bin, wie der Zug, der jetzt hier bin. Krass. Und das bist du? Und das bin ich auch. Kleiner Jerome. Kleiner Jerome. Ich war etwas dicker. Ja. Ja. Jetzt wollen wir absetzen. Ja, sicher. Hey. Ich habe den Koffer dabei. Mit ganz vielen Überraschungen heute. Es ist ganz wichtig, dass du dich heute gut fühlst. Dass es ein schöner Tag in deinem Leben wäre, dass du sofort wieder auf die Schiene kommst. Ist gut, ja. Oder weg von der Schiene. Ist gut, ja. So, muss man sagen. Das ist auch besonders schade bei dir, weil da sehen wir deine Tattoos jetzt nehmen. Äh, ja. Also noch zum Teil. Was nimmst du zu trinken? Ich habe natürlich ein bisschen Proviant dabei. Kann ich dir eine Skola anbieten? Ja. Oder ein Red Bull. Red Bull ist noch besser. Also gut. Top für dich. Danke vielmals. Was machst du denn jetzt so die ganze Zeit, jetzt, wo du wirklich komplett ausser Gefecht bist? Ja, mein Tag ist eigentlich genau gleich geregelt wie normal. Ich stehe am Morgen auf, gehe ins Training. Dann habe ich dort meistens Beitraining und Rumpf. Und dann habe ich frei, ja. Also am Morgen Training und am Nachmittag die Freizeit, die du jetzt natürlich ein bisschen anders gestalten musst. Oder wahrscheinlich. Was hast du? Was kannst du nicht mehr machen? Nur einhändig? Eben, zum Beispiel. Ich habe immer meine Haare gemacht mit rechts. Ich habe angefangen mit links. Und ich habe das Gefühl, ich sitze damals fast besser jetzt mit links als mit rechts. Leck, ja. Das ist aber gut. Das ist jetzt mit links. Super. Was schaust du bei den Haaren? Ja, das ist einfach. Das sind wir schön so. Ja. Nach einer Tonne Haarspray und dann ist es gut. Dann hält es. Du, wie sieht es aus mit etwas Essen? Ich habe Käse dabei, zum Beispiel. Ja, ist gut. Das habe ich gerne. Sehr gut. Vielen Dank. Ich schaue einfach, dass du immer genug... ...einfach der Zuckerspiegel immer gut bleibt. Hast du Zug genommen in dieser Zeit? Ja. Nach der Operation durfte ich zwei Wochen Garkasport machen. Und dann habe ich schon drei Kilo Zug genommen. Ja, zwei Wochen. Aber das schätze ich daran. Drei Kilo in zwei Wochen? Ja. Krass. Ja, ich sehe das schnell an. Aber sieht es also nicht? Oder wo? Ja, im Bauch. Schau jetzt. Schau mal. Wie der Profi Zack mit dem Maul. Schau mal, es ist ja ganz wichtig, dass wir heute auch eine Vertrauensbasis aufbauen. Dass ich dich effektiv dorthin führen kann, wo du am Schluss auch möchtest. Also im Endeffekt wieder zurück auf dem Eis. Für das ist es wichtig, dass wir uns besser kennenlernen. Ich habe ein kleines Kennenlernspiel mitgenommen. Ein paar Karten, die wir jetzt einfach hier rasch auf dem Tisch ausbreiten, wenn das für dich okay ist. Das ist ein Glastisch, oder? Das ist egal. Du schaust dann mit den Fingern ab. Also. Einen Topen hätte es gegeben, aber der Rest ist gleich gut. Soll ich anfangen? Also nehme ich da Mitte, Mitte. Lasse einen ausgewählten Mitspieler raten, welchen Namen einer bekannten Person du mit dem Lippen formst. Hier bin ich. Ja. Aber das bist du nicht. Wer ist der? Der Diem. Ah, der Domi, die Diem. Ja. Ist der bekannt? Ja, der spielt bei Zürich. Ja. Klar. Der ist eben nicht verletzt, darum kennen ihn nicht. Das ist so. Kannst du schon verletzt spielen, gell? Also gut, ich bin dran. Ja. Ja. Was war der grösste Fehlkauf deines Lebens? Ich habe einen riesen Schrank gekauft, wo ich nur in das Zimmer reinbringe und jetzt züglich und ich bringe ihn nicht mehr raus. Das war ein kompletter Fehlkauf. Ah ja. Wow. So, ich. Next. Führe eine deiner besten Dance Moves vor. Von früher vor. Wow. Führe eine deiner besten Dance Moves vor. Äh, ja eben. Ich tanze eigentlich eher, wenn ich ein bisschen intus habe, aber ich kann im Fall wirklich eigentlich nicht tanzen. Nimm mal einen Schluck Red Bull. Ich habe sonst noch ein paar Gin. Ja, ich weiss nicht, was ich... Mein bester Dance Move ist... Das wäre mit Dance Move. Das ist aber gut. Ja, ist. Das kommt sicher gut an bei den Frauen. Ja. Und was du natürlich jetzt machen könntest, ist der oder da? Ja, der Robo. Ein bisschen mit den Armen. Du 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 du. Sehr geil. Ja. Ich bin nicht der beste im Tanzen. Gehst du nicht zu den Typen, die Frauen von hinten anschauen? Nein, ich mache das so. Ja. Du sagst einfach, wenn du Hockey spielst und das automatisch. Das sage ich nicht. Ich brotze auch nicht mit dem. Weil ich bin eben, ich bin Person wie jede andere. Ich bin jetzt Profi-Wirin und mich kennt und mehr Geld verdient als andere. Aber sonst bin ich der Jerome. Jerome, ich nehme die nächste Karte. Es tut mir leid wegen dem Dapen auf dem Tisch. Ich muss nachher wirklich schauen, was ich kann. Ich bin immer spitz. Weisst du es? Was würde die Person dir gegenüber machen, wenn sie eine Million im Lotto gewinne? Du würdest wahrscheinlich die ganze Million in einen Fränkler umwechseln und dann dort in die Vase rein rühren. Und was würdest du mit einer Lotto-Million machen? Ja, mit einer Million? Ich würde ein neues Auto kaufen. Was für eins? Schwierig. Noch eher eine 6, glaube ich. Okay. Du hast einen Spengler gelernt? Genau, ja. Also du bist ein absoluter Auto-Fan? Ja, sehr. Was ist denn das faszinierend an einer Sportskarre? Ja, es hat einfach PS unter dem Arsch. Es ist laut und eine schöne Inno-Ausstattung und alles. Das gefällt mir sehr, ja. Oh, echtes Gott. Jetzt mache ich einen Tisch. Heieiei. Ich habe zwei Gouwer dabei. Eines von beiden kannst du dann auftun. Und was da drin steht, machen wir. Aus erster Hand oder Hand-out? Ja, ich nehme das hier. Aus erster Hand. Gut, kannst du aufmachen. Forscher haben herausgefunden, dass die Reflexion des Unfall-Hergangs essentiell für den Genesungsprozess ist. Genau hinzusehen, statt zu verdrängen, ist dabei ein wichtiger Faktor. Hast du dir schon mal angeschaut, wie du gestört bist? Äh, nein. Hast du es noch nie gesehen? Also, nein. Warum nicht? Ja, ich muss es eigentlich nicht sehen. Also, ich muss es eigentlich nicht sehen. Als es passiert ist und... Ich erinnere mich nur noch wieder an Scheissdrech. Mhm. Aber eben, das Schlimme war ja eigentlich, dass ich es... Ich weiss, wo es war. Mhm. Aber äh... Ich habe eigentlich weiter trainiert und weiter geschossen und weiter gespielt und alles. Das ist doch krass. Kannst du noch mal etwas essen? Ist gut. Also, schau jetzt. Das war es schon, oder? Mhm. Das war es schon, oder? Das ist noch verrückt. Ja. Und? Ja. Ja, es sieht eigentlich harmlos aus. Aber immer zu... Sivion hat Blass! Eben, ich bin selber überrascht. Da war es wirklich ein kleines Zwickli. Und dann bin ich einmal noch an der Bande vom Moser gecheckt worden, wo ich dann eigentlich auch normal geflogen bin. Nichts Schlimmes. Und nachher habe ich halt gedacht, das sei hier so etwas prällig oder so. Ist ja nichts Schlimmes gewesen. Ja, und dann habe ich halt gehört, dass es zwei bis drei Monate alt ist. Und dann... Ja, es war schon nicht gleich zugegangen, weil es war meine erste grössere Verletzung. Und äh... Echt enttoschen gewesen. Verständlich. Absolut. Darum hätte ich lieber, dass das Handgelenk auf die andere Seite gezeigt hätte. Dann weiss ich, es ist etwas kaputt. Wieso? Weisst du, dass du theoretisch spielen kannst, aber es ist ein Schmerz. Und das ist ein bisschen... Ja... So ist es dann gewesen. Ja. Also... Die zwei nächsten Couvert. Gelenktherapie... Oder Ablenkungsmanöver. Das! Mhm. Wieso nicht das? Ja, da steht Therapie drauf. Ah. Ich habe momentan genug und da Ablenk... Töne besser. Gut. Weg. Voilà. Als Ex habe ich nicht zugeklebt, dass es einfacher ist, um aufzumachen für dich. Das ist gut. Verarbeitungs- und Heilungsprinzess ist das Lenken der eigenen Gedanken wichtig. Rasant auf andere Ideen zu kommen, das ist der Schlüssel zum Erfolg und zur Gesundheit. Und Schlüssel ist dabei ein gutes Stichwort. Lass uns das Haus verlassen. Tönt gut, ja. Dann gehen wir. Ja. Jerome, bist du ein geduldiger Mensch? Äh... Ich habe gewisse Geduld, ja. Aber äh... Irgendwann ist es ja da unten. Also gut. Ich mache vorwärts. Ich muss kurz etwas organisieren. Ja, ja. Warte, Steuerstatt. Ich lade den Koffer da. Hoi, meine... Gell? Einfach... Danke, danke, danke. Bis gerade. Bis gerade. Bis gleich. Bereit für eine Spritzteile, Jerome. Hugo. Ja. Sie sagen einer. Mein Elfer, oder? Mein Elfer, natürlich. Stieg ein. Fahrst du, oder ich? Ich? Jetzt gehen wir hin. Ja. Jetzt können wir mal schauen. Noch Lust auf ein Cocky. Ist gut. Ist gerade gut. Danke. Zuerst jetzt einfach mal geniessen. Einfach mal geniessen. Stopp. 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 Gut tut das. Extra keine E-Klasse. Keine E-Klasse. Keine E-Klasse. Ja, das ist gut so. Uepä. So. Jerome. Jetzt. Wo sind wir da? Ja. Ja, Flugplatz, oder? Ja. Also wir gehen nicht in die Ferien. Wir brauchen dich bald wieder bei der Mannschaft. Ist so. Ist so. Aber jetzt bist du die ganze Zeit neben mir gesessen. Ich habe auch so nicht gefragt. Ich habe gedacht, vielleicht komme ich schon noch zum Fahren. Ich hätte dann irgendwann mal, bevor wir zu Hause sind, noch gefragt, fahre ich auch noch. Würdest du gerne mal fahren? Ja. Würdest du gerne mal so richtig? Würdest du gerne schnell fahren? Ja. Also, das ist wichtig für dich, dass du deine Verletzung vergessen kannst. Das ist der Schlüssel. Das ist deine Sportkarre. Gib ihm. Da draussen. Da draussen. Du fährst. Du hast es in der Hand. Du kommst auf andere Gedanken. Das ist dein Ablenkungsmanöver. Gefällt mir. Geht das mit dem Arm? Ja, sicher. Das ist ein Automat. Schau an, sie gehen bremsen. Gut. Signatory. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui 1,5 Meter. Das tut ihm richtig gut. Das spüre ich. Und? Krank. Wie ist es? Ja, krank. Ich spüre meine Hand gar nicht mehr. Wirklich? Krank. Du bist nicht krank? Nein, das ist krank. Lappen 5,80 Meter. Ein Lappen 5,80 Meter. Also für alle älteren Zuschauerinnen und Zuschauer, das heisst 185 kmh. Das ist abartig. Ich habe hier einen Sportknopf. Du hast einen Sportknopf gedrückt. Ja, klar. Leck, du. Und wie fühlst du dich? Frei. Frei? Darf ich mal? Ich komme jetzt. Taxi, Taxi, Bachhoffner. Vertraust du mir? Ja. Ja. Ich schaue mal, du hast es super gemacht bis jetzt. Ich habe den Helm angelegt. Ist gut. Achtung runter. Leck du mir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war nur 140 kmh. Nur? Ja gut, ich meine. Schon, oder? Ja schon, aber schnell schon 140 kmh. Ja. Aber ich dachte, wir seien schon 32 kmh. Hallo. Absolut. 160 kmh. 180 kmh. 180 kmh. 150 kmh. Ja gut, gut, gut. Leck du mir! 150 kmh. Ui, das drückt die Hohrin. Aber du bist krank, ne? Du bist krank. Okay. Geschafft. Ah! Ui, 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 ui. Wir sind gleich ein bisschen... Wir sind gleich ein bisschen deasy. Oah! Und? Was für ein Gefühl. Wow. Prank. Erzähl, wie geht es dir? Ja, fühle mich frei. Ich muss sagen, es ist ein schnelles Vergangenen gegangen. Die Hand auch. Die Hand ist weg. Das Gefühl in der Hand ist aber noch da. Jetzt sind wir wieder etwas schlecht. So. Ist das der Moment, in dem wir uns in die Spitze nehmen können? Du bist jetzt für mich der... Was bist du? Der Raser. Nein, der JJ. Aber für heute der Raser und du bist der Körbli. Ich glaube, es ist mir eigentlich ein bisschen schlecht geworden. Es ist noch nicht fertig, natürlich. Das ist dein grosser Tag, lieber JJ, lieber Bachi. Ja. Ich habe nochmal zwei Goubeeren für dich. Es geht weiter. Ah. Wir haben links orientiert oder flink und involviert? Flink und involviert. Flink und involviert. Wieso nicht links orientiert? Das ist ja gleich. Das ist besser, ja? Ne? Siehst du es ja dann? Jetzt hätte ich das auch. Jetzt hätte ich das auch mal. The winner takes it all. Studien belegen, dass Glück im Spiel auch der Gesundheit hilft. Wetten. Wetten, dass du nicht mit links schaffst, einhändig schönere Pizza zu machen. Okay. Komm, wir gehen schauen. Was ziehen? Machen wir. Und das singen löst Glückshormone aus. Jetzt schon? Ja, ja. Wenn man laut, laut und falsch singt. Ja, das ist wirklich im Auto oder unter der Dusche. Das können wir dann auch so teilen. Das ist wirklich hauptsächlich laut und falsch, aber umso glücklicher. Das ist am besten. Geil. Benus von Fümbliets ist schön wie das jählige Nacht. Weil da los sind im Schnee. Das wenn wir stehen und es sind Fümbliets, dann schlamme mein Herz wie den Raus und ich seh dir die Lungen kón. Oh ja! Ich fühl dich zähre faste Zeit Von Tag zu Tag Und wüsse ich Seisige wohni hin Kreuzenfalls Fizzerbrot Da la la Tauern starten, Tauern drehen Hallo und herzlich willkommen bei der Sport-Dr. Koch-Show Heute kochen wir mit Jérôme Bachhoffner Ich weiss, dass du gerne wettest Ja, genau Wetten, wer die schöne Pizza macht Machen wir ja Aber nur mit einer Hand Ja, ist gut Geht's bei dir? Oh nein! Oh nein! Der lebt noch Wie wirst du, wenn du lange nichts mehr zu essen bekommen hast? Ja, eher hassig Geht's dir auch so? Ja, ja Du wirst sehen Nach dieser Arbeit Du bist ja schon zwei Stunden näher am Gips abnehmen Zwei Stunden geht's noch besser Schau mal wie er das macht Unfassbar gut Kitchen impossible Vielleicht bräuchte es ein bisschen Mehl Ja, genau Aber es geht schon Es geht schon Es geht schon Sorry, Schnell Dürfen wir ein bisschen Mehl haben? Mehl? Wir haben ein bisschen Mehl bestellt und es kommt eine ganze Kiste sogar Oder brut Hast du dir eine saubere Hand? Ja 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 Das ist eben noch her Zum Glück Die Pizza ist eben offen nicht so lange Dann ist er Geht das wegen Für die Brauchte ich, was ich mal geschaut habe? Die kann nicht sein Geht ja nicht Sandro Wie geht's? Ja, es geht Hallo Sandro Hallo 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 Alles gut? Ja, hast du etwas mitgebracht? Ja, wir sind noch eins Pizza Die Taxi sieht besser aus als die Sagen wir Danke vielmal Ich meine wir sind wahnsinnig hungrig Wir können jetzt schon rasch reinbeissen Wo kennen ihr euch? Ihr seid die beste Freunde Ja Ich hatte in der Elite-Zeit als Elite angespielt Dann kam ein neuer Masseur dazu, eben sprich Sandro Ich hatte Adduktorenprobleme, sprich Liste Jawohl Und bin dann wirklich täglich bei ihm gewesen Und nachher ist es wie mehr Freundschaft geworden Auf das nehmen wir ein Stück Wie nice Kann ich es nehmen? Ja Sandro Danke Und jetzt seht ihr euch wöchentlich? Ja Also wir sehen uns sicher einmal in der Woche Und wir hören uns eigentlich jeden Tag Fast jeden Tag Ja Er ist äh Ich würde jetzt sagen Er ist älter als ich Er ist verheiratet Er zeigt man sich Er ist ein kleiner Bruder Das weiss er auch Ja ist so Was gibt es über ihn noch zu sagen Was man bis jetzt noch nie erfahren hat? Auf dem Eis ist er sicher auch Ein Giftswerk sozusagen Muss man ihm auch mal sein oder? Ja das gehört auch dazu Aber er ist ein herzensguter Mensch Er würde vielen Leuten Wer ihn kennt oder vielleicht auch erst neu kennenlernen Würde er das letzte Hemd geben Er ist da wenn man ihn braucht Das andere ist da Das ist eine riesige Überraschung oder? Was gibt dir das? Was er jetzt da ist? Äh ja eben Das hätte ich jetzt auch Wie den ganzen Tag Er hatte nie erwartet Wenn ich ehrlich bin Und dann habe ich natürlich meine Stimme gehört Und dann äh ja Es zeigt mir einfach eben Dass er auch Ja Einen Anruf bekommt Und dann Für mich da ist Und mir hilft Aber wenn wir jetzt schon da sind Können wir nicht noch das Stadionraste ansehen? Ja wohl auf jeden Fall Ich muss noch schnell das Pizzastuck essen Aber zeig dir erst Handlaschen Und nachher das eigene Stadion Gut Die Garderobe habt ihr auch gesehen? Ja klar Ist gut ja Nein Und jetzt? Ah Schau jetzt Ja eben Da ist einfach so ein bisschen Material Für Pflegung Jawohl Mit Und wie ist das für dich jetzt da wieder zu sein? Da bist du zwar ab und zu noch Jetzt haben wir etwas verletzt Also ich bin jeden Tag hier Ja okay Ja es ist einfach scheisse Da läuft ich eigentlich gerade vorbei Genau Das ist die Garderobe Ah und das ist jetzt die heilige Halle Wow Da ist mein Platz da Zähne Ja Du bist jetzt Zähne Grossartig Hure schön Und wo sind die Coaches? Ah Josh Josh Ich bin Dominic Ich bin der Sportdoktor Ciao Dominic Hoi Freut mich sehr Und das ist der Jerome Wir haben ihn gefixt Wir haben ihn gefixt Okay Josh Das ist der Moment Wo ich dir den Jerome wieder offiziell zurückgebe Wir haben den schönsten Tag von seinem Leben erlebt Wir haben ihn wirklich wieder zurück zurück back on track gebracht Wie geht es dir jetzt heute? Ja super Ich fühle mich gut Ich glaube Die Verletzung ist ein wenig weggegangen Perfect Welcome back, Jerome Thanks Hey, ich habe ein Gift für dich Ja? Oh ja? Check this out You've worn it before I need you to put this back on and get on the ice and help us out Looking good, yeah Quickly Now we're back to the video So let's go Let's go I say goodbye Hey Thank you so much And hey, alles Gute Danke vielmal Du bist Sani Du bist Sani Danke So, den Mann haben wir gefixt Der Jerome hat wieder Kraft gedankt und ist wieder parat Zurück auf dem Eis Ich freue mich nicht wenn sich Sportlerinnen und Sportler verletzen Aber ich freue mich trotzdem wenn ihr wieder mit dabei sind bei der nächsten Ausgabe von Sportdoktor Ciao zusammen